Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banished. Ich habe in der letzten Folge feststellen müssen, dass meine Nahrungsmittelreserven doch zurückgehen. Und irgendwie sind hier als Leute, die Hunger haben, aber ich verstehe gar nicht warum. Müsstet ihr einfach nur nach Hause gehen und dann was essen? Kann ja so schwer eigentlich gar nicht sein. So, zack. Alle sind glücklich. Der gute Jägermann. Ich glaube, die bekommen ja auch Filter hinter dem Bauch, die auch dann woanders sind oder machen ganz weg oder so. So. Und mit Scheune bauen wir die Fiete auch wieder gut hin. Aber wo ich da hin muss ja eigentlich schmuckern, ne? Zwei. Warum frierst du denn? Ach, wie schillen die alle an? Kartoffeln. Kartoffeln. Zwei. Mais. Zwei. Und was machen wir hier hin? Kürbisse. Auch natürlich zwei Leute. So, wie sieht's auf dem Friedhof? Oh, halb voll schon wieder. Ah, es ist nicht. Ist hier voll mit Kohle? Ja, tatsächlich. Und siebenhundert. Ach, tausend. Wo bin ich denn? Komm. Habt ihr schon eingebuddelt hier? Aber ich... Ja, so ein bisschen. Sehr interessant. Aber was das hier immer soll... Ist wahrscheinlich, weil die hier oben arbeiten und dann hier runterlaufen müssen zum... Zum... Zum Essen. Ja, es ist aber auch doof. Baue ich hier vielleicht den Weg mal mit... Mit Steinen, dann sind die ja schneller. Steine hab ich auch. So. Und hier in den Tunnel natürlich auch dran. Na. Ne, verstehe man nicht. Ja, ist natürlich nicht gebildet. Man denkt sich, oh, was mach ich denn? Ich hab Hunger. So. Pumpkin hab ich. Krisch hab ich Squash. Ich weiß gar nicht, was man sagt. Walnuss und... Das andere. Blau. So. Walnuss hab ich... Na ja, auch nicht. Dann kaufe ich Walnuss. Das andere hab ich nämlich. Sind 500... 520, 521 und eins overpaid. Das ist Mist. Weil ihr müsst jetzt hier ernten, ne? Sonst würde es aber Gitter. Wo ist denn hier dieser Sammler? Weil ich für sowas vielleicht auch nochmal... ... Ah, wie bitter. Guckt mal an. Ihr müsst jetzt ernten, Leute. Und hier. Habe ich hier nicht einen Scheude hingebaut? So hatte ich das vor. Hab's doch nicht gemacht aus irgendeinem Grund. Ja, da ist der Grund, dieses Eckchen. So, ihr müsst jetzt ernten. Was sind denn alle? So, ich sehe schon, das nächste, was ich baue, wird alles Narvensproduktion sein. Und diese Bäume, die müssten echt halt mal weg. So, wo ging das bis hier hin? Ich hoffe, das überstehe ich hier den Winter über 10.000 wird das. Aber, oder nicht, aber schon. Ah, die Ernte ist natürlich auch, ne, hier durch diesen Wintereinbruch ein bisschen geblieben. Nichtsdestotrotz könnte es klappen. Muss ich in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein, ihren Sachen. Äh, Nomaden aufnehmen. Weil die essen ja auch dann alle mit. Gut, der hat jetzt nicht merklich nachgelassen, ne? Irgendwie nicht. Schon in der Produktion, meine ich. Cool. Auf, ich kann es mir leisten. 209. 200. Ja, kann ich. 40. 55. Müß ich halt auch mal anpflanzen, die Walnuss in die Geschichte, ne? Sonst wäre es ja albernig, dass ich das jetzt als Kaufer und dann nie anpflanze. Haben wir auch nichts gewonnen. Das gibt manche, glaube ich, hier oben. Erstmal bauen wir hier den Weg mal anders. Das war so. Und dann der Weg hier oben. Weg. So. Ah, ich habe den Winter scheinbar überlebt. Ist ja auch was. 15 mal 15 ist doch ganz nett. Ja, food. Food is low. Irgendwie nicht food. Okay. Ich frage ich, ob wir die Kohle haben. Die auch mit Kohle heizen. Die Frage. Food ist dann als untätig da rumlungern. Dann hier nochmal. Äh. Birne. Da unten ist so ein Frickel noch. Was ist denn das? Ist das eine Straße? Ja, weg damit. Oh, ihr müsst ernten, Leute. Erntet, erntet, erntet. Erntet. Ich hoffe, dass es läuft. Echt kacke, wenn jetzt die Leute sterben. Ich baue hier lieber noch ein paar Dinger. Echt keine Lust darauf, dass hier die wieder alle... ...alle drauf gehen. Erntet, erntet, erntet. Erntet, erntet. Das Lied finde ich gut. Deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen ruhig. Erntet, erntet. Das war's. 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 Aber hier meine 200 habe ich jetzt endlich mal geschafft. Wenn auch mit Hilfe der Nomaden, aber das ist natürlich zulässig. Ich habe nichts dagegen, dass wir den Nomaden dabei helfen. Nee, die Scheune wird hoffentlich auch bald fertig. Ich habe mal wieder im Winter überlebt. Ich glaube, ich habe hier bei euch auch noch Felder hin. Dann wächst die Stadt wächst. Dann wächst die Stadt nicht bis dahin, sondern endet dann quasi hier und geht dann mehr hier rüber. Ist ja aber auch genug Platz. Feuerholz. Aber das ist das mit normaler Geschwindigkeit, aber das ist das mit normaler Geschwindigkeit, das ist aber übel. Ich baue hier noch mal. Ich baue hier noch ein Markt hin. Ich baue hier noch mal. Ich baue hier noch mal. So. In der Hoffnung, dass er dann durch die Burg geht und sich das Zeug holt. Ich habe hier noch mal vertreten. Da war da eben schon mal wer. Na hier ist ein Auto. So. Das ist jetzt also noch nicht fertig. Wo ich mir gewünscht hätte. Jetzt habe ich komischerweise auch wieder mehr Zeug hier. Nächstes Mal wieder. Das scheint noch hier mit meinen Dingern zu kämpfen. Was sind sie denn alle? Und es erntet sich nicht von selber, Leute. Ne? Ich habe keine Lust, dass ich verhungere. Ja, so viel hatte ich eben auch. Ja, da waren das auch bei weitem nicht so viele Leute. So, da waren wir hier noch so Woodcutter. Ein bis zwei Stück. Dann hole ich mal zwei. Einen Weg davor. Und einen Stockpile. Richtig schön groß. Und dann hoffe ich, dass hier auch in Sachen Feuerholz mal wieder bessere Zeiten einkehren. Ob das so ist, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin.